Landeshauptmann Markus Wallner, Wasserwirtschaft heute großes Thema. Das größte wasserwirtschaftliche Projekt, das man hat, ist natürlich RESI. Wie weit ist man denn da inzwischen gekommen? Ja, in den letzten Jahren sehr weit. Es dürfte mittlerweile zwei, vielleicht drei Jahre her sein. Dort habe ich persönlich das Projekt ziemlich massiv auch angestoßen. Ein Stück weit in die Hand genommen und der Öffentlichkeit auch klar gesagt, ich erwarte mir, dass wir schnell vorankommen und dass wir aus den vielen Variantenplanungen, die auch notwendig waren, zu einer Endvariante, zu einer endgültigen Variante hinfinden. Das ist auch geschehen, das sogenannte generelle Projekt. Das heißt, wir haben jetzt seit einiger Zeit, seit einigen Monaten, ein abschließendes Projekt vorliegen, wo wir jetzt zum Konsens suchen. Aber wir sind nicht mehr in der Phase von Variantenplanungen, sondern in der Phase einer konkreten Vorbereitung eines Einreichprojektes. Dann kommen große, umfangreiche Verfahren. Das UVP-Verfahren wird notwendig. Und dann braucht es auch einen Staatsvertrag dazu zwischen der Schweiz und Österreich. Eher eine komplexe Angelegenheit. Aber am Ende des Tages muss das Ganze auf die Beine kommen. Es ist ein Generationenprojekt, hat über 20 Jahre Bauzeit. Es wird das Rheintal nachhaltig verändern. Und wir alle wissen, wenn etwas passieren würde, dann ist das ein Albtraum für Vorarlberg, weil wir mit 6, 7, 8 Milliarden Franken oder auch Euro Schaden irgendwie dastehen würden. Das könnte uns nachhaltig aus der Bahn werfen, könnte viel menschliches Leid verursachen, viel wirtschaftlichen Schaden anrichten. Ich glaube, allen Beteiligten ist klar, das Projekt muss kommen. So wie es vorliegt, ist es spannend, weil es ja auch eine Mischung ist zwischen Hochwasserschutz und Erholungsraum. Beides versucht man unter einen Hut zu bringen, ökologisch gut gemacht. Aber eine deutliche Verbesserung des Hochwasserschutzes, was das Allerwichtigste ist. Der Schutz der Bevölkerung, der Infrastruktur, auch der Unternehmen, die dort sind, das steht ganz im Vordergrund. Es ist ein weiter Weg. Man ist schon seit langem dran. Aber gerade in den letzten zwei Jahren sind wir sehr auf die Zielgerade gekommen. Ein Projekt, das endgültig eingereicht wird. Ein Staatsvertrag, der nach irgendwann abgeschlossen werden muss. Und dann kann es ja eigentlich auch losgehen. Derzeit wird auch auf Beamtenebene diskutiert und verhandelt. Sie sagen gerade, irgendwas unterschrieben werden können. Wann wird unterschrieben werden können und wer zahlt am Schluss was? Ja, auch das wird noch eine Wegstrecke sein. Also bis wir beim endgültigen Einreichprojekt sind, wird es 2021 werden, wenn unter Hochtouren gearbeitet wird. Die Staatsvertragsverhandlungen auf der Beamtenebene, auf der Expertenebene, die laufen seit einiger Zeit auf Hochtouren. Das ist auch eine Expertenaufgabe in erster Linie. Dort liegen die ersten Vertragsentwürfe auf der Beamtenebene vor. In einem nächsten Schritt müssen dann die beiden Ministerien auf der Schweizer Seite und auf der österreichischen Seite, jeweils Außenministerien, die müssen sich das Ganze anschauen. Dann wird es auch zu politischen Gesprächen unter Umständen kommen müssen. Und da müssen die Letztentscheidungen getroffen werden. Ohne Staatsvertrags geht es nicht. Aber ich habe den Eindruck nach meiner Kenntnis, dass die Vorbereitungen wirklich gut laufen. Dort muss das Projekt genau beschrieben werden. Und dort muss auch klar gesagt werden, wie die Kostenaufteilungen laufen. Und wenn das wirklich entschieden ist, dann sind die Vertragsgrundlagen dafür geschaffen.